Ich bin mit der Devise nach Marokko gekommen, den Menschen hier zu helfen. Jetzt ist mir was Unglaubliches passiert. Ich habe eine Familie kennengelernt, bei denen ich aufgenommen bin wie ein Bruder. Der Vater und die Mutter hatten einen Autounfall, deswegen hat die Mutter einen Arm verloren. Und der Vater keine wirkliche Arbeit. Er verkauft nur Schmuck hier in Esauira seit 20 Jahren und hat hier ein kaputtes Haus gekauft, was er jetzt gemietet hat. Und von dem Traum, der hier in dem Haus entstehen soll, erzählen sie euch gleich. Wichtig ist noch, dass sie noch einen Bruder bzw. einen Sohn haben, der behindert ist und auch Dialyse bekommen muss. Das bedeutet, er muss immer ins Krankenhaus gehen und es ist schwierig natürlich auch noch den mit durchzufüttern, weil sie alle beide ein kleines Gehalt haben. Und das Wichtigste für die wäre hier ein Startkapital, um eben dieses Restaurant erstmal alles zu renovieren und ein Restaurant aufzubauen. Und ich, wie ich ihr helfen will, ich bin hierher gekommen, damit genau das passiert, dass ich helfe zur Selbsthilfe leiste. Und ihr könnt mir jetzt helfen, dabei zu helfen. Me, you have a family in Alman, you come into Sawera, English, you come into Sawera, you come into my house, my house is broken. Broken, broken my house, and my wife, you have no hand, no work. And my children, Abdurrahim, you have the petal, you have the problem. You have no work, no work, no, no Cowen, no, only stay in the house, have the problem in the petal. But the people, Alman, who come into my house is broken, me and my wife, you want to make it couscous, you want to make it salad, I want to make it tajin. Tajin in my house, with people who come into Sawera, welcome, welcome tajin, small tajin, only 30 dirhams, couscous, only 30 dirhams. With the people, students, who come into Alman, who come into English, old people. But you have no, you have no, you have no, you have no money for, for make it, I am to your store. My house is broken. Broken, broken, you have no money for make it, some douche, some, a restaurant cuisine, some cuisine, two small cuisine. My family, no work. Sawera, me, I live in Sawera, in Medina. Nice, nice, nice place. Nice place, but thank you very much when you help him, come to look in the house in Sawera. Thank you very much, merhabaa bikum, merhabaa. How do you say to your friends in Sawera? I don't want to call you, I don't want to call you, I don't want to call you. I'm talking about the Arabic. We have guys, here are the workers. I don't want to call them, but I don't want to call them. Ich habe meine Eltern, die Kappi und die Alize. Wir haben viele Eltern, die Franschen und Engels und die Franschen sind in der Stadt. Aber wir haben die ganze Zeit nicht geschlossen. Wir haben keine Läden, keine Lachamberaten, keine Lachamberaten, keine Lachamberaten, keine Lachamberaten, keine Lachamberaten. gebeten Sehr gut. Wir sind eine Familie, eine Familie.